Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind gerade hier im Sumpf, haben ein Dorf gerettet und müssen jetzt Alderic finden. Alderic ist scheinbar hier nach Westen an den Strand gegangen. Scheinbar dort irgendwas gelandet ist. Kenner von privaten Filmen wissen was ich meine. Flying Dutchman. Fliegende Holländer. Und scheinbar Geisterschiff. Also ich kenne Linda Holländer aus einer Wikinger Geschichte. So etwas. Hat einfach einen Mythos, dass die Wikinger das schnellste Schiff aller Zeiten hatten. So etwas. Dann gibt es ja noch die Viekinger. Heißt Donkey Kong Tropical Freeze. Und die Harden an Fliegende Schiff. Sehr realistisch. Ich liebte halt früher Donkey Kong. Das war einfach ein Hardcore Jump'n'Run. Einfach nur cool. Damals als man noch nicht schöne Grafikkarte war das wirklich schön in der Kirche ist. Viel besser als Super Mario. Ähm. World oder so. Immer ein Schritt voraus. Donkey Kong 64 musste sogar das Extension Pack Arm besitzen. Das war ein Zusatzramm. Okay, ich glaube ich habe hier das Ramm gewesen. Auf jeden Fall sanft dabei. Kostenlos, glaube ich. Teuer zu Tage muss man da irgendwie sich 2.000 Euro Teure Grafikkarten kaufen. Ja okay, das war damals auch schon so teuer. Also ja, nicht so teuer, aber schon auch recht teuer. Für den Lohn, den man damals hatte. Und als ich dann den ersten PC hatte, Diablo 2 eigentlich Kampf spielte, äh, spielen konnte. Das war schon heftig auf einer Art Schul-PC. Das war schon sehr, was damals war. Ja. Meine Eltern hatten natürlich keinen GMP zu kaufen. Und für mich nur ein Schul-PC. Immer schlechte RAM. Ja. Die ganze Zeit sind Seiten. Fünf-fach, sechs-fach aufgeploppt. Auf der Stelle von einmal. Einmal gedrückt hat. Einmal sechs. Webseiten. Habte. Word, Dokumente oder was man damals noch hatte. Ach, geht. Also diese Fähigkeit kann kleine Vieh hier nicht töten. Die Entwickler-Fail. Sollte eine Eiche rumzugehen. Lieber Entwickler. Töte ihn. Nochmals. Amelie. Tod. 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 Wir sind jetzt wieder stärker geworden. Also wir sind jetzt gleich nochmal kurz. Was? Wir sind jetzt die nicht weg. So sind wir gespawnt. Äh. Allein nicht. Schauen, ob die jetzt tragbar sind bald. 31. Dann nehmen wir die für 31 mal mit. Haben hier. Schädet einfach noch dazu. Aber auch 80% Increased Necrotic Damage. If you have been hit recantly. Leider werden wir nicht so oft getroffen. Aber das könnte ab und zu schon recht stark sein. Wenn wir dann mal getroffen werden. Hit ist nämlich nicht alle Zauber. Aber die meisten denken immer Hit. Oder? Ist Hit nur Nahkampf? Sache der etwas, was man halt einfach nicht kennt. Ah ja. Ich wollte ja noch diesen einen Beet machen. Also wenn es euch nicht ausmacht, tue ich noch ein bisschen. Manchmal zocken. Und den eigentlichen anderen Beet dann noch probieren. Ich weiss nicht wie stark das Harvest ist. Ich möchte ihn einfach ausprobieren. Und es ist am besten da euch zeigen, wenn er noch ein bisschen fertiger ist. Vielleicht den Guide dann auch draus machen. Aber so viel Zeit habe ich gar nicht zu spielen. Also ich kann es leider wirklich nicht so schnell dann zeigen in diesem Beet. Aber ja, ich möchte natürlich dann auch sicher jetzt mehr Let's Play Parts machen. Diese nur im Let's Play und in Livestreams oder nicht mal in den Livestreams machen. Also das ist voll. Ich würde gerne nochmal einen Punkt dort rein tun. Ja, sehr einfach. Also, einen Punkt hier rein. Dann haben wir zwei Prozent. Hier haben wir auch irgendwo noch Life Leach, glaube ich. Dann haben wir das Hellpflegen. Heft Rainet. Armor. Intelligenz. Hier haben wir kein... Vielleicht darf ich einen Item noch. Also, machen wir mal. Und dann haben wir hier... ...Vitalität, was wir unbedingt mal brauchen. Soul Feast haben wir ja schon mal ausprobiert. Nein, das haben wir noch nicht ausprobiert. Das machen wir mal kurz hier rein. Okay, sind wach. Nein, müssen wir mal kurz einsetzen hier. Optisch ist nichts. Vielleicht ein bisschen große Wolken. Richtig optisch sieht man es nicht. Nur beim Angriff. So, dort bekommt es. Aber nur weil sie auch... ...Hunging Souls erwischt haben. Kenn ich jetzt wirklich nicht. So. Necrotic Damage. Kein Spell Damage. Ja, was soll ich tun? Level 34 haben wir erst. Das nächste. Wir machen jetzt einfach... Ah. Ich würde mal schauen, ob das uns geht. Was haben wir denn hier? Cast Speed. Dammit. Also die Gegner werden irgendwie antigen. Dann kommt irgendwas zu uns. Also Soul Fragment Sale. Kommt dann zu uns. Und dann bekommen wir Ward. Aria ist hier noch. Chill Duration. Eventuell etwas für den... Ding wie jetzt... Necrotic... Wie heißt es? Harvest. Genau. Aber nicht für einen... Hm. Da ist die Gegner von ganz oben. Versteckt. Ja, eben leider kann ich keinen einzelnen Bild... Keinen Guide zu diesem... Ding, Bild. Also eigentlich ist früher mal nur einer mit... einem Schuss gewesen. Und ich mache schon viel mehr Stärke... Also Schaden... Als nur einer Schuss. Also ich denke... Ich bin relativ der Einzige, der das Spiel... Könnte sein, aber... Ich denke, das spielen schon. Also... Ich sehe immer wieder in Form... Ein paar Leute, die ganz crazy... Baits vorstehen... Oder... Rat suchen... Ob es wirklich auch etwas bringt. Wir wollen ja nicht alles auch... Dasselbe noch ausprobieren. Wir sind meistens auch... Ein bisschen gelangweilt über manche Baits. Und dann probieren sie es nicht aus. Also... Kennt man immer wieder... Im... Auf-of-Exile-Form... Viele suchen nach Rat, damit sie gar nicht spielen müssen. So... Ähm... Mit einer Attacke... Passiert... Er vor allem Knives... Ähm... Wirft... Also diese... Ätherischen... Äh... Äh... Dornen... Klingen... Ätherischen Klingen... Auf-deutsch... Und dann diesen neuen... Äh... Racer-Angriff... Spam... Und... Dann... Äh... Blinden... Gegner blindet... Also blind macht... Und... Ja... Noch andere Support... Einheiten... Ah... Ich hab den Schrein vergessen... Also... Ich merke... Äh... Schrein scheint... Der ist nicht so weit weg... Ja... Also optisch... Ein bisschen Schwerze... Okay... Das ist Health... Mal anregen... Okay... Und dann... Sieht aus wie ein... Ein Kloß Zain von... Äh... Sanitär... Ein geistes Kretz... Ein... Ein rotes Kretz... Haha... Ein geistes Kretz hat die Schmerz... So... Ähm... Ja... Momentan eigentlich sehr stark... Also eben... Angefahr stärken... Dann habe ich so ein bisschen Bedenken... Dass ich dann meine Webs zu wenig Schaden mache... Wenn... Die Gegner Resistenzen haben... Mit Mod... Müssen wir schauen... Also ich... Bin einfach ein bisschen skeptisch noch... So... Ja... Ja... Aber der immer noch nicht... Was haben wir doch gesagt... Vitalität... Hm... Wir brauchen Defensive... Ja... Aber auch Schaden... Mana ist eigentlich nicht schlecht... Aber... Warte Attention brauchen wir ja nicht... Wenn wir nicht auf Bord gehen... Ja... Hier ist einfach Intelligenz... Und Spell Damage... Müssen noch ein bisschen leveln... Dann werden wir auch wieder ein bisschen stärker... Ja... Ich muss auch rein... Hopp... Schaut dass ich... Ähm... Handy-Games nicht aufnehmen... Aber... Vielleicht auch noch ein paar mehr Leute... Unlocken... Aber ich habe sehr gute Handy-Games in letzter Zeit gesehen... Und jetzt hätte ich Lust... Natürlich noch... Ein bisschen noch Handy-Games zwischendurch... Aber sie brauchen einfach zu viel Aufmerksamkeit... Weil es meistens Zeit-Besierungen sind... Die müssen ja auch wieder müssen klicken... Ah... Hier hat es jetzt noch... Eine... Kanal... Eine Röhre... Die... Dort offen ist... Könnt ihr denken... Und so... Ich gerne Handy-Games jetzt spiele... Wie ihn ausruhen... Im Sport... Wo ich nicht immer sitzen kann... Wo ich nicht immer sitzen will... Oder einfach Ladezeiten überspringen möchte... Kann ja wenn das nicht nur ein anderes PC-Games spielen oder so... Aber Handy-Games sind nice... So... Mega Langweil... Im Ukraine... So... Und jetzt habe ich endlich mal so eine Eisenbahn-Schwiegen... Die Eisenbahn-Simulation... Ich schau gleich mal wie das heißt... Und... Das macht irgendwie sehr viel Spaß... Aber... Es kann natürlich auch mit Wartezeiten... Das ist so problematisch... Ja... Muss ich nicht machen... Wir schauen das jetzt mal an... Wir scannen das mal... Mit dem Boden... Barriere... Ob wir... Ob das uns den Weg versperrt... Auf Defensive müssen wir umhängt werden... Ist klar... Ja... Auf Cooldown da noch gehen... Wie ist der? Transplant... Transplantation... Mit Transplantieren... Im ganzen Körper... Operatorisch weg... Und setzen irgendwo an... Das wieder zusammen... Also kurz so den Kopf wegnehmen... Etwas... Hier... Hier... In... Inwerfen... Und... Es macht ein Heid... Wirklich aufföhlen wieder... Es ist wirklich auch noch Leben... Aber einfach in diese... Ja... Seitlichen Formen... Oh, lass das mal, ne? Jetzt hast du mich... Oh, jetzt hast du zu viel Schaden. Oh, nein. Ah. In einem Späh-Handy-Späh bin ich in einer Gede. Ich spiele extremst wenig, also jetzt gerade am Abend, weil ich noch ein paar Aufgaben lösen muss. Und sonst eigentlich nur früh am Morgen und spät am Abend. Und ich bin vierter Platz in der Gede. Ich bin so hardcore stark, habe ich vierter Platz in der Gede. Also andere Spiele, das geben viel weniger. Nur geben Geld aus, dadurch sind sie einfach mächtiger. Aber ich bin immer noch vierter Platz und habe kein Geld ausgegangen. Und ja, fühlt man sich natürlich auch wieder ein bisschen süchtiger. Aber ich spiele eigentlich sehr wenig, also ich spiele gar nicht sehr wenig. Und würdest gerne mehr spielen, nur macht es auch nicht so viel Spaß. So, jetzt machen wir wieder mehr Schaden. Auch kennt ihr diese Ablenkung, ihr wollt ein Spiel spielen und denkt sofort wieder, ne, ich muss ein anderes Spiel spielen. Last Epoche ist wenigstens nicht so. Dass ich nie denke, ich müsste jetzt wieder irgendwie Seko 2 spielen. Okay, ja, oh nein. Also genügend Spaß macht. Nicht unbedingt so viel Grinding ist immer. Und ich muss am Blenden nicht so hart. Ich müsste jetzt eigentlich, ja, ein bisschen Ding spielen. Das ist ja auch schon Fassfüchser. Aber ich will nicht mehr, also ich will nicht mehr, es bringt nicht mehr so viel. Weil ich sowieso nichts optisch zweischalten will und den Endcontain eigentlich gar nicht sehen will, da ist es zu tief. Also. Der Drang ist gross. Ich habe es besser zu spielen, aber der Willen ist nicht so gross. Ihr kennt es sicher selber. Und euch trauen. Die Gedanken sagen, ja, ich will. Aber die Lust sagt, nein, ich will nicht. Also die Lust zu hören. Es gibt ja eben negative Sachen in einem Spiel. Das leidet manchmal so. Sehr oft so. Aber habt ihr da nicht auch irgendwie Bock, einfach etwas anderes zu spielen? Ne, bei noch etwas anderes zu machen. Ich bin ja mega eingeschenkt. Einfach auch. Weil ich so nicht gesund bin. Ich bin ja einer, der irgendwie krank ist. Und da will der Körper eigentlich immer wieder einem sagen. Geh raus. Hör auf zu geben. Aber der Wille ist so süchtig. Also die Spiele machen manchmal so viel Spaß. Dass man einfach so denkt, ne, jetzt ist man am Pilz, jetzt gehen wir nicht raus. Oder ja, ich habe ja jetzt keinen Bock mehr, meine Pilze wieder zu beenden. Und so. Und das hat halt auch wieder etwas mit so etwas zu tun. Aber auch der Bequemlichkeit, die Spiele machen. Die Spiele machen manchmal so bequem. Manchmal keine Lust zu haben. Zu essen. Zu schlafen. Oder sonst irgendwas. Aber eigentlich auch nicht ganz so viel spielen will. Also das Gehirn sagt so, nö, du spießt jetzt nicht mehr. Auf der Spaß oder so, ne, sonst kann ich ja nicht schlafen. Sonst kann ich ja nicht essen. So, das ist manchmal echt nervig. Du einfach mehrere Gedanken hast, die in dich herumschwirren. Du multi-Gedanken einfach so hast im Kopf. Sagst, ähm, ich denke jetzt mehrere Sachen auf einmal, du gar nicht mehr so konzentriert bist. Das ist bei mir öfter so. Das ist mir gerade am Anfang in den Leistungs gewesen. Dass du einfach null Konzentration mehr hast. Und du denkst an alles. Ah, Vorsicht, dann, ähm, ja, es ist wieder weniger Gaszeit und Gas. In den Livestream gehe ich nicht mal aufs Klo. Ich kann das PPI sehr lange aufhalten. Und dann nach dem Livestream denkst du dir so, oh, wieso bist du nicht früher aufs Klo gegangen. Und du sagst dir immer wieder, nee, du bist nicht süchtig. Du spielst einfach gerne viel. Aber dass du dann irgendwelche wichtigeren Sachen aufschiebst, ist nicht so gut. Nur eben, dass ich, ja, sonst eigentlich so ziemlich gesund bin. Dass ich mich gesund ernähre, viel Schlaf habe, weniger Stress habe und so. Aber eigentlich nicht so wichtig. Und deshalb kommt das ja auch auf. Der Körper will natürlich dann wieder sich wichtiger um den Körper kümmern. Die sich ja besser fühlen. Er möchte mehr Sport machen. Er möchte mehr Bewegung haben. Er möchte, ja, mehr sozialen Kontakt haben. Und in letzter Zeit habe ich mir so Gedanken gemacht, muss ich jetzt unbedingt streamen? So viel. Ja. Sacred 2, weil ich es nicht aufnehmen kann, klar. Gate-Tonen auch, weil Kollegen, wenn sie wohin. Ja, mitmachen. Und eventuell, wenn ich mal wieder Gate habe, auf den Minecraft-Server und so. Weißt du. Oder Front-Spiel selber bald, wenn Bruder HD da auch viel erreichen kann. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, ob ich wirklich das schaffen könnte, wenn ich ein eigenes Spiel designe. Aber wo kriege ich die Zeit her? Es ist eigentlich mit Unity relativ leicht, wenn man es auch obdiziert ist. Auch umständlich, sagen wir es mal so. Was ist, wenn ich einen Last-Epoch entwickle mit noch anderen genre-typischen Sachen, also anderen genres-typischen Sachen. Wie zum Beispiel, also Zeitreisen würde ich gerne auch in einem Spiel machen. Nur ist es langsam langweiliger, weil sie viele Spiele, Zeitreise haben und Games. Aber ich könnte das besser eigentlich machen, indem ich einfach einen Shit hier unten noch dazusetze. Das ist eine heftige Aufwand. Aber einfach nicht Mittelalter, sondern auch moderne Zeit machen. Kann man halt Schusswaffen nicht mitnehmen ins Mittelalter. Aber wie wäre es zum Beispiel mit einer neuen Zelda, der Legend of Zelda, mit viel Action aus Last-Epoch und Zukunft wie in Getyonne. Und mit Blöck. Wisst ihr, wie viel Aufwand das ist zum Design? Da muss man ein riesen Entwicklerstudio haben. Aber da darf man nicht so schöne Grafiken machen und alles mögliche. Texturungen, sehr viel Zeit verbrauchen. Scripting auch. Ich hätte so viele Ideen. Nur wer macht das für mich. Wenn ich das alleine mache, wie viel Zeit kann ich wirklich investieren. Das ist die größte Sache. Ich möchte eigentlich viel erreichen können, kann es aber nicht. Ich frage, wenn ich einfach zu viele Variieren habe, das sollte es sein. Ich frage auch, dass ich keine Werbung mache oder dass ich keine Leute suche, die für mich natürlich designen kann. Aber ich hätte die perfekte Idee für ein, wie... nur kein Entwicklerstudio möchte, natürlich anbeißen. Ich habe schon für ihn vorhin so gepostet mal. Das haben wir zur Zeit nicht mehr gemacht, aber... Wenn man Gamer ist und Games kennt und sie gerne besser machen würde oder so, dann würde man auch mehr Ideen nochmal auf Games schaffen, oder? Und auch sich noch mehr zu erfreuen, dass so etwas eingebaut wird, was man wünscht. Dann haben wir aber das Problem, man ist gar nicht mächtig genug. Und es ist vielleicht antwortlich. Oder dass man gerne etwas hätte. Aber niemand schafft so etwas, oder... Es ist einfach zu viel Aufwand. Und dann gibt es Leute, also Entwickler, die einfach ein Game machen. Und zwar zwar nicht so viele Features hat, aber sehr viel Grinding hat. Es ist jetzt erst zum beliebtesten Spiel, oder zum erfolgreichsten Spiel gedreht. Ich denke, es ist ein Beat-in-up-Spiel aus Südkorea. Da machst du nichts anderes als Geld bezahlen im Echtgeld-Shop. Ah, und Grinding. Aber die Spieler aus Südkorea und China... Merken so etwas. Ja, da denke ich nur, ja, müssen die gar nicht so ein schönes, gutes Spiel haben. Oder wollen sie es nicht. Ja, fühlen einfach diesen Erfolg, natürlich. Ja, wenn der andere das Spiel, dann spiele ich das auch. Ah, der andere gibt Geld aus. So krieg ich auch sehr viel Geld aus. Aber wir haben ja nicht einmal schon gedacht, dass Spiele Spiele Spaß abgenommen haben in den letzten Jahren. Also, Aste Epoche ist eben recht oldschool. Macht also mehr Spaß. Aber wieso sind jetzt moderne Spiele, wie zum Beispiel, was ist jetzt in letzter Zeit rausgekommen? Zum Beispiel Final Fantasy VII Remastered. Genau, das heißt, da sind wir nicht mehr. Aber, ich finde, das macht mir weniger Spaß, also würdest du die alte Ressour bei Steam kaufen und spielen. Wird ja auch eine bessere Grafik, glaube ich, bekommen, aber... Daher setzt jetzt diesen neuen Skill ein und kann diesen Spinnen... ...würsten...würsten abdrehen. Ja, aber die Schaden ist natürlich schon sehr geholfen. Da müssen wir noch ein bisschen wegen dem Boss, um mehr Schaden irgendwie machen können. Ja, ihr wisst ja wieso. Da haben wir eine Schuhe. Da haben wir eine Schuhe. Da sind wir hinten, aber ich glaube, das ist nicht alles. Das ist, warum wir uns heute eigentlich der Schaden anstreben. Da sind jetzt keine Hits umgegen. Ich sehe kaum etwas. Dieser Boss macht einfach zu viel Dinge. Da müssen sie mal die Effekte ziehen. Sieht man ja gar nichts, wo man auf jeden Fall auch dabei so Dinge... Ich weiß nicht, wie die Map heißt dort. So, jetzt. Yay, er ist da. Es wiegt. Und der Droppt, dem ist mega schlecht. Also das ist jetzt der Akt 2 oder Akt 3 Endpost gewesen. Was ist denn der Akt 2? Ja, der Akt 2 ist am Ende, wenn man die ersten Idole bekommt. Also da bei dieser... Ich weiß nicht, wie die Map heisst dort. Aber ja. Zuerst das Schatten, also das Wildwesen kommt und dann dieser Mager. Wild Mager. Und den einen rettet. So, noch mal... Noch 5 Punkte? Das schaffen wir ja gar nichts. Wir müssen ja andere Punkte rausnehmen. Aber einfach mal anschauen. Ich weiß nicht, was es gehen soll sonst. Ja, nochmals Vitalität. Jetzt müssen wir Level 39 erreichen, oder? Das kann ich jetzt nicht machen, weil ich einfach vom Spielprogrammiert bin, dass ich das nicht einsetzen kann. Andere... Den... nicht. Kennt ihr zum Beispiel ein Spiel, was nicht so ein Magie-System hat? Also eher Magie viel schwieriger ist zum Einsetzen. Weil das wünsche ich mir eigentlich. Dass Magie viel stärker sind. Dass zum Beispiel ein Feuerball echt Durchschlagskraft hat und so. Aber einfach nur so alle 2 Minuten einsetzbar ist. Also dass man einfach sich mehr auf den Nahkampf oder Fernkampf konzentriert. Und weniger auf die Magie. Das kenne ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Das war früher, so in den 90er Jahren, mit vielen Spielen. Damals hatte ich auch irgendwelche Games gespielt, die wie Diablo 1 waren. Einfach so ein bisschen mit... Ähm... Wann war Diablo 1 rausgekommen? 1995? 1995? Einfach so Richtung 2000 gab es mal ein Spiel, das echt kleine Levels hatte. Aber man hatte nur einen Zauber zum Beispiel. Und mit diesem Zauber hatte man dann immer... Dann musste man, glaube ich, irgendwie so aufleveln. Also auf... Auf... Auf-Chargen. Und die Charts konnte man dann... Auslösen. Das war am Anfang mal bei einem Schiff, glaube ich, oder so. Also so die Grafik war echt so nur 2D, ja. So 2,5D. Also wie Diablo 1. Und nicht, glaube ich, nicht so gut wie Diablo 1. Doch vielleicht ein bisschen besser. Nur einfach, das Game war so interessant. Aber ich schaffte es nie, mich so hoch zu grinden. Dass ich genug stark war. Ich bin immer auf einer Fähigkeit, die so eine Art Blitz war. Also Lila war. Mega gutes Spiel gewesen, aber sehr unbekannt. Also wahrscheinlich ist es für andere Leute gar nicht gut gewesen. Nur mich hat es damals so fasziniert. Einfach Fähigkeit, also Magie, auch sehr aufwendig zu leben. Oder kennt ihr Grandia? Also Grandia 1. Damals war ich auch schon ein bisschen zu alt. Glaube ich 13, als ich das gespielt habe das erste Mal. Es kam so um die 2000 und 99 so raus. Und war mega aufwendig zu spielen, weil die Ladezeiten hoch waren. Und der Spieltempo mega langsam war, weil man ständig diese Battles hatte, die recht lange gingen. Aber ich war so motiviert, alle Fähigkeiten auf Maximum Level zu haben. Ich bin im letzten Gebiet, es war ein sehr hübsches Gebiet. Und im letzten Gebiet von dem Spiel sicher ungefähr 90 Tage am Grinden. Ich habe ständig den Endgegner mit einer anderen Fähigkeit besiegt, weil die Fähigkeiten manchmal echt geil waren. Und da gab es eine ultimative Fähigkeit, die irgendwie Ende der Welt hieß oder so. Oder Gaia, irgendwas mit Gaia. Na, Gaia war der Endboss. Also wirklich die Erde war das selbe, der Endboss. Ich glaube, es hieß einfach wie die Erde, Gaia. Und, ähm, also die Fähigkeiten, die Welt von denen, die Gaia. Und, oh, das war so krass. Also ihr könnt sich, äh, Bildschirm ausführen, die Explosion. Also es war nicht ganz eine Explosion, es war eher so eine, eine Wucht, Attacke oder so was. Ja, man sah doch noch die Erde aufreißen, was. Der ist in der Atomexplosion. Genau, weiß ich nicht mehr. Aber, die hat, glaube ich, immer 1000 Schaden gemacht. 1000 Schaden war eigentlich sehr hoch. Also heftigst. Dann gab es, glaube ich, noch eine Fähigkeit von der Grünhaarigen. Also von der Hauptcharaktere. Bina hieß die. Und dort auch, die hatte, da brauchst du, da brauchst du, glaube ich, Wasser auf 99 und, ähm, Luft auf 99. Und das ging so Ewigkeiten lang. Aber wenn du, wenn du das gemacht hast, war so eine Blitz- und Feuerexplosion. Oder Wasserexplosion. Oder Weertfeuer. Aber extremst stark. Mit denen hattest du einfach das Endgame, den Boss, ein paar Angriffen besiegt. Man kann denken, wie lange Bosse brauchen in solchen Spielen, wo es um Action-Battle gibt. Also zum Beispiel bei Final Fantasy X, wo es ja eigentlich recht beliebt war, mit dem Remasteren wieder. Nicht Remaster, halt einfach Remake oder eine Version mit grösserer Auflösung halt. Aber ich kann das, das kann man meistens nicht mehr so sagen, wenn man es vier, fünf Jahre nicht mehr gelesen hat. Und dort, ähm, auch... Der Endboss braucht ja eh wirklich keinen... Der ist eigentlich einfach tot. Ich meine jetzt nicht der Endboss von, von der Store. Der wirklich Endboss. Der Manni, nein, nicht Animal, Animal, eine Bestia. Ähm... Also einer war Deus, das war von der Monster-Fahr. Und der andere hiess irgendwas... Der Richter, genau. Wie lange du es auf den einklopst? Es ist in einem Action-Rollenspiel nicht denkbar. Also es ist nicht mal bei Path of Exile. So. Dass Gegner so extrem... Ding haben. Da haben wir auch wieder Mana-Kost. Können wir eigentlich auch rein gehen. Rein investieren. Aber jetzt haben wir eigentlich genügend Mana-Kost-Reduktion. Ich gehe doch nicht mehr. Ich muss jetzt auch mehr auf Damage gehen. Oder... Also heftigst. Okay, jetzt ist leider wieder zu lange. Also nicht, aber... Ich mache gerne über 30 Minuten Videos im Fall. Zu lange. Die Über 30 Minuten wird nicht so sehr groß sein. So viel geredet. So viel... Erreicht. Ja, und jetzt sind wir wieder in einem Gebiet, wo wir kein Wäber entlang haben. Machen wir noch ein längeres Video. Die Upload-Zeiten sind auch wieder ein bisschen reduziert worden, seitdem Swisscom nicht mehr so Probleme macht. Ja, gestern, also heute Nacht, um 1 Uhr. Ja, längere Zeit Internet weg gewesen. Und ich habe geflucht, weil ich da... Ähm... Ding gespielt habe. Ein paar Verwechser. Konnte ich längere Zeit ein paar Verwechser, wenn ich das Ding... Okay, wir haben ein Wäber. Sehr gut. Wir schauen mal noch die Intems durch, ob wir noch etwas Besseres equippen können. Und zeige es dann im nächsten Part. Und dann spiele ich wieder ein bisschen. Circa 2. In einem anderen Bild. Damit das auch ein bisschen schneller geht. Leider Glancing Blower weg für diese Handschuhe. Aber 12 Coal Damage mit Spelsen-Attacks ist eigentlich ziemlich gut. Und Cast Speed oben. Sehr schön. Md Harvester könnte ich dann mal machen. Das mache ich dann morgen. Und jetzt haben wir 2 Sets eines. Isadora. Isadora. Ja, da steht ja auch 2 in grün. Okay. Und 3 Sets teils dann mal eine Effizienz. Dann können wir eigentlich die Punkte dann wieder raushauen. Denke ich mal. Ah, wir sind auf Level 39 warten. Und das ist... Ja, in 5... In 7 Leben. Ich glaube, wo kann ich das rechnen? 12 Increased Damage. Also dann haben wir Isadora's nicht mehr. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich noch equipen könnte. Idole hätten wir nochmal Platz. Was könnten wir da reintun? Ich würde gerne... Resistenzen reintun. Keine Ahnung, wir brauchen mehr. Viel mehr Is-Ding. Idole. Ja, Glänzengblow. Okay. Dann haben wir wenigstens 4 von 6 Glänzengblow wieder zurück. Necrotik Damage würde ich gerne noch nicht benutzen. Also nicht kaufen. Ah, ich kaufe ihn mir mal. Und Blockchance ist nicht so... Also, ich habe schon ein Schick. Oder nein? Auch rein. Na, eventuell mache ich einen anderen Bild mit Schick, wo Blockchance braucht. Genau. Also dann, danke schön fürs Schauen und... Mega gross schon. Zweieinhalbmal so gross wie mein Kratte. Dann Tschüss und viel Spaß mit anderen Dingen noch. Und ja, nächster Part kommt dann, denke ich mal... Also der Part ist morgen. Übermorgen kommt dann der nächste Part. So, vielleicht morgen. Tschüss.